Heute möchte ich dir den sogenannten Black Tone Look in Lightroom zeigen. Wie der genau funktioniert, das wirst du jetzt gleich erfahren und ich möchte dich auch nochmal kurz auf meine Adventskalender-Aktion hinweisen. Du kannst jeden Tag hier tolle Preise gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal dich in den Adventskalender eintragen mit deiner E-Mail-Adresse, dann bist du automatisch bei allen Verlosungen jeden Tag mit dabei. Und heute gibt es was ganz Besonderes zu gewinnen von meinen Kollegen Felix Röser und Stefan Hefele. Ihr neues Buch, ihr neuer Bildband, den sie rausgebracht haben im Wert von 98 Euro. Da waren sie in ganz vielen verlassenen Orten in Frankreich unterwegs und ich kann euch das Ganze nur empfehlen. Es ist wirklich 1A und falls du diesen Bildband gewinnen möchtest, dann wie gesagt einfach einmal unten eintragen. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt hier ein Bild, ja, haben wir in New York geschossen und da gehe ich als erstes mal in die Grundeinstellung rein. Denn das Erste, was wir machen wollen, wenn wir Moody Dark Tones bearbeiten, wir wollen das ganze Bild dunkler machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal in der Belichtung relativ stark runter, also auf knapp 1,5 Blendenstufen nach unten das Ganze und werde dann über die Lichter das ganze Bild hier wieder etwas aufhellen, sodass wir hier schön Kontrast reinbekommen. Gleichzeitig auch noch die Tiefen etwas aufhellen, so auf plus 25 ungefähr. Und die Weißtöne, in dem Fall zumindest, das muss man dann immer von Bild zu Bild ein bisschen gucken, die schwäche ich hier relativ stark ab, so auf minus 60 ungefähr. So, jetzt haben wir hier schon mal von der Grundeinstellung ganz gut was geschafft. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen Dunst entfernen reinbringen, so auf plus 25. Ein bisschen Klarheit kommt hier noch mit dazu. Ja, und Struktur nehmen wir vielleicht noch ein bisschen raus. Okay. So, jetzt ist das ganze Bild sehr, sehr gesättigt. Das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen gehe ich als nächstes mal in die HSL-Tabelle rein. Und ich werde jetzt mal wirklich alle Regler erst mal komplett runtersetzen und dann die Farbe selektiv wieder reinbringen. Denn ich denke mal, das ist an dieser Stelle wirklich das Beste. Das kommt ja immer auf das Bild auch so ein bisschen drauf an, welche Farbtöne hast du da eigentlich drin. Was ich immer relativ stark wieder reinbringe, gerade wenn wir Porträts bearbeiten, sind eigentlich die Orangetöne und die Rottöne. Auch die Gelbtöne bringen wir hier wieder noch so ein bisschen mit rein. Grün haben wir hier gar nicht großartig in dem Bild mit drin. Was man so ein bisschen mit reinbringen kann, wäre Blau. Aber auch hier nicht zu viel. So ungefähr sieht es für mich schon ganz gut aus. So ein kleines bisschen Aquamarine können wir vielleicht auch noch mit reinbringen. Aber das gefällt mir von der Farbigkeit hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und was wir jetzt als nächstes noch machen können, wir können hier unten in die Luminanz reingehen und zum Beispiel hier mal die Orangetöne und auch die Gelbtöne noch ein bisschen abdunkeln. Gerade hier so die Hauttöne kann man damit noch ganz gut bearbeiten. Und genauso auch das Blau könnte man hier noch ein bisschen mit abdunkeln. Also den Himmel hier in dem Fall. Was wir jetzt als nächstes machen, ich gehe ins Color Grading rein und ich werde die dunklen Bildbereiche, also die Schatten, noch ein bisschen bläulich einfärben. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man die dunklen Bildbereiche ein bisschen bläulicher macht und gleichzeitig die hellen Bildbereiche ein bisschen wärmer gestaltet. Es gibt immer so einen coolen Farbkontrast in dem Bild. Das mag ich immer ganz gerne und gefällt mir in diesem Fall hier auch sehr, sehr gut. Was wir jetzt noch machen können, eine kleine Vignette um das Bild herum geben. Um das noch so ein bisschen abzusoften hier außen herum. Und zu guter Letzt könnte man jetzt in der Gradationskurve die Schwarztöne noch mal so ein bisschen anheben. Bedeutet, ich setze hier mal so ein paar Punkte rein. Und jetzt kann ich den letzten Punkt hier so ein kleines bisschen noch anheben. So. Und dann haben wir hier schon einen ziemlich coolen Look, wie ich finde. Vorher und nachher. Vorher und nachher. Und jetzt kann man natürlich immer so ein bisschen gucken, ja, sind die Schwarzwerte vielleicht ein bisschen zu schwarz. Dann könnte man die Tiefen hier noch ein bisschen anheben. Dann könnte hier auch das Schwarz noch so ein kleines bisschen anheben, damit man hier so ein paar mehr Details noch drin hat. In den dunklen Klamotten vor allem. Aber dann gefällt mir das so eigentlich schon richtig gut. Und das Ganze könnte man jetzt theoretisch auch direkt so als Preset abspeichern. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und vielleicht wendest du diesen Look ja auch das ein oder andere Mal jetzt in deinen Videos an. Ich kann es dir nur empfehlen. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal der kurze Hinweis. Adventskalender. Einfach einmal mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann bist du in der Verlosung mit dabei. Der Bildband heute im Wert von fast 100 Euro von Felix Röser und Stefan Hefele. Viel Glück und bis morgen. Dann bist du in der Videobeschreibung.